Mitose und Maiose gehören zu den Grundlagen, die du spätestens für das Abitur können musst. Nachdem wir uns im letzten Video mit der Mitose beschäftigt haben, geht's jetzt weiter mit der Maiose. Also gutes Verstehen und ab geht's! Um herauszufinden, wie Keinzellen, auch Gameten genannt, das heißt weibliche Eizellen und männliche Spermien entstehen, muss man sich den Vorgang der Maiose anschauen. Das Ziel der Maiose ist die Bildung von vier haploiden Tochterzellen aus einer diploiden Mutterzelle. Als haploid wird ein einfacher und als diploid ein doppelter Chromosomensatz bezeichnet. Jede normale Zelle des Körpers hat einen diploiden Chromosomensatz, nur die Keimzellen haben einen haploiden, da sie später während der Befruchtung miteinander verschmelzen und gemeinsam einen diploiden Chromosomensatz bilden. Die Maiose wird in zwei maiotische Teilungen unterteilt. Bei der ersten maiotischen Teilung werden die homologen Chromosomen voneinander getrennt. Homologe Chromosomen sind Chromosomen, die die gleiche Gestalt und die gleiche Aufgabe haben. Jeweils eins kommt von der Mutter und eins vom Vater. Die erste maiotische Teilung besteht aus der ProPhase 1, der Metaphase 1, der Anaphase 1 und der Telophase 1, aber keine Panik, wir gehen das jetzt alles Stück für Stück durch. Während der ProPhase 1 spiralisieren und verdicken sich die Chromosomen und begeben sich auf eine Wanderung Richtung Äquatorial-Ebene. Außerdem bildet sich der Spindelapparat aus. Während der ProPhase 1 kann es zum sogenannten Crossing-Over kommen, das heißt die Chromosomen tauschen untereinander genetisches Material aus. In der Metaphase 1 haben die Chromosomen ihre Wanderung abgeschlossen und je zwei homologe Chromosomen liegen sich nun in der Äquatorial-Ebene gegenüber. In der darauffolgenden Anaphase 1 werden die Chromosomen zu den gegenüberliegenden Zellpolen gezogen. Jetzt liegt an jedem Zellpol ein haploider Chromosomensatz vor. Während der Telophase 1 teilt sich die ursprüngliche diploide Zelle in zwei haploide Tochterzellen. Zwischen erster und zweiter maiotischer Teilung liegt eine kurze Interphase, in der die Zelle wächst. Im Gegensatz zur normalen Interphase, also der Interphase zwischen zwei Mitosen, wird die DNA nicht repliziert. So, und dat war schon der erste Teil. Nachdem die Zelle nun die erste maiotische Teilung und die Interphase durchlaufen hat, beginnt die zweite maiotische Teilung. Diese ist der Mitose sehr ähnlich. Sie besteht logischerweise aus Prophase 2, Metaphase 2, Anaphase 2 und Telophase 2. Genauer gesagt, durchlaufen die beiden entstandenen haploiden Tochterzellen die zweite Teilung. Der Einfachheit halber reden wir hier nur von einer Zelle. Die zweite maiotische Teilung beginnt mit der Prophase 2, während der sich die Chromosomen gewohnt spiralisieren und sich der Spindelapparat bildet. In der nächsten Phase, der Metaphase 2, ordnen sich die Chromosomen in der Äquatorialebene an, so wie bei der Mitose. Während der Anaphase 2 werden die Schwesterchromatiden der Chromosomen getrennt und vom Spindelapparat zu den Zellpolen gezogen. Und dann sind wir auch schon bei der letzten Phase, nämlich der Telophase 2. Hier bilden sich neue Kernhüllen und die Zelle teilt sich. Da das ja alles, kurz zur Erinnerung, mit zwei Zellen passiert, haben wir also insgesamt nun vier haploide Tochterzellen, die aus einer diploiden Mutterzelle entstanden sind. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen zur Befruchtung, verschmelzen zwei haploide Keimzellen, also Eizelle und Spermium, zusammen zu einer diploiden Zelle, aus der sich dann ein neues Individuum entwickeln kann. Im ersten Moment klingt Mitose und Maiose extrem kompliziert, vielleicht konnten wir dir mit unseren beiden Videos aber etwas helfen. Wenn ja, dann teile das Video gerne, Daumen hoch und schau in unsere Genetik-Playlist. In dem Sinne, bis bald, mach's gut und ciao. Daumen hoch und schau.